Wenn sich alles verändert, das Leben, das Arbeiten, das Miteinander, dann darf die Politik nicht stehen bleiben. Bayern braucht ein Update. Das ist für mich die Aufgabe der Freien Demokraten, unser Land fit zu machen für die Zukunft. So gut wie es uns heute geht, soll später auch bei unseren Kindern gehen. Mindestens. Ich bin in Italien geboren, in Rosenheim aufgewachsen, hab in München studiert, dann beruflich nach Berlin, Unternehmensberatung, Bundestag, zurück nach Bayern als Geschäftsführer und letztes Jahr hab ich mich selbstständig gemacht. Neue Herausforderungen suchen, auch mal neue Wege gehen, das gehört für mich unbedingt zum Leben dazu. In der Politik braucht man Leidenschaft, aber auch Augenmaß. Substanz entscheidet, nicht Lautstärke. Klartext reden heißt für mich, klar in der Sache zu sein, Haltung zeigen, für was stehen. Bildung, absolutes Herzensthema. Jedes Talent fördern, mehr Chancengerechtigkeit schaffen, das ist mir wichtig. Innovation, davon hängt unser Wohlstand ab. Wir brauchen Forschung, Technologietransfer, schnelles Internet, digitale Behörden. Wir haben hier so coole Startups, aber halt auch oft zu viel uncoole Bürokratie. Leben und Leben lassen, das gehört für mich zu Bayern. Freiheit, Vielfalt, offene Gesellschaft, wenn das bedroht wird, egal ob von Rechten oder Salafisten oder sonst wem, da dürfen wir nicht wegschauen. Wir brauchen wieder eine starke liberale Stimme im Landtag. Neue Köpfe, neues Denken, eine neue Generation Bayern. subtitles zu eigenem Budnale Stimme im Handel.